So, Frau Mäuse, ein Promi wird interessant, dadurch, dass er natürlich unablässig in den Zeitraum zu sehen ist, im Fernsehen zu sehen ist, und wie Jürgen Löw, der natürlich Dauerpräsenz hat, dadurch, dass er alles schon wunderbar ist, und ich glaube, ein richtiger Super-Promi wird, wenn man das dann nicht mehr überwischen spricht, und ich glaube, deswegen ist er dem Promi's Platschgenau wichtig für uns. Und so lesen und tratschen wir weiter, oft, wenn wir es öffentlich zugeben möchten. Und so lesen und tratschen wir. Und so lesen und tratschen wir. Und so lesen und tratschen wir.